Am 10. Mai fand eine Buchvorstellung im Schweriner Dokumentationszentrum für die Opfer der Diktaturen in Deutschland statt. Christoph Wilker präsentierte die unbekannten Judenhelfer. Das Buch erzählt die Geschichten und Schicksale von Menschen, die während des Holocaust jüdischen Mitbürger unterstützt und gerettet haben. Die unbekannten Judenhelfer waren laut Christoph Wilker insbesondere die Zeugen Jehovas. Der Begriff die unbekannten Judenhelfer zeigt, das ist also ein neues Thema für die Öffentlichkeit, weil es bisher in der Öffentlichkeit nicht bekannt war, selbst unter Insidern nicht bekannt war oder kaum bekannt war, dass die Zeugen Jehovas so konsequent den Antisemitismus abgelehnt haben während der NS-Zeit, was auch dazu führte im Umfeld, wenn da jüdische Bürger und Bürgerinnen lebten, dass man ihnen auch geholfen hat. Und da habe ich viele Beispiele, Erfahrungen zusammengetragen und in diesem Buch zusammengefasst. Zu Beginn der Veranstaltung hielt Uwe Neumerke ein Grußwort. Er ist deutscher Historiker und Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Christoph Wilker beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit der Geschichte des Nationalsozialismus und der Verfolgung der Zeugen Jehovas. Bei seinen Recherchen für eine Ausstellung für das NS-Dokumentationszentrum München stieß Wilker auf die Hilfe der Zeugen Jehovas für die jüdischen Mitbürger. Überrascht hat mich die Vielzahl der Hilfestellungen. Und wie Sie ja sagten, so viele Jahre nach dem Ende der S-Zeit, das hat mich dann überrascht, dass ich auf so viele Fälle stoßen würde. Und das Buch ist ja jetzt herausgegeben, seit mehr als einem halben Jahr. Und jetzt kommen noch weitere Fälle, von denen ich erfahre, nach dem Buch. Weil manch einer liest das Buch und meldet sich bei mir und sagt, ich habe noch einen anderen Fall, von dem ich weiß. Der Historiker Falk Bersch hat die Buchvorstellung organisiert und führte das Gespräch mit Christoph Wilker. Christoph Wilker deckt mit seinem Buch eigentlich zwei Opfergruppen ab. Einmal die jüdischen Verfolgten, die aufgrund ihrer Abstammung eigentlich überhaupt keine Chance im Nationalsozialismus hatten. Aber dann auch die lange Zeit vergessene Opfergruppe der Zeugen Jehovas, die sich ganz bewusst entschieden hat, Widerstand zu leisten. Und dadurch eben in die Fänge der NS-Justiz, des NS-Regimes geraten ist und die halt auch den jüdischen Menschen Hilfe geleistet haben. Und zwar aus einer christlichen Grundhaltung heraus. Rund 25 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil. Im Anschluss konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl mit den Buchautoren ins Gespräch kommen, als auch den Ausstellungsbereich des Dokumentationszentrums besichtigen.